Hallo ihr Lieben, die Pialotta war nun drei Monate hier bei uns. Die Anreizphase ist jetzt vorbei. Sie geht wieder nach Hause zu ihrer Züchterin und Besitzerin. Ich hatte sehr viel Spaß mit ihr. Sie geht jetzt sicher ins Gelände, springt einen kleinen Parcours und als kleine Abschlussaufgabe habe ich mal eine Artresur durchgeritten. Und das macht sie alles ganz toll und ich denke, dass sie in Zukunft ein super Freizeit- und Sportpartner sein wird. Und wünsche ihr alles Gute. Macht's gut. Ciao. Unter meinem Arm I used to follow my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cooler than me You got desire in the shades Just to hide your face And you wear them around Like you're cooler than me And you never say hey Or remember my name And it's probably cause You think you're cooler than me And you that's really cooler It's probably cool Tú Just to hide your face Let's go So Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.